Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute geht es wieder einen Tag zu früh los mit dem FMI. Es ist nämlich erst Freitag und wir reiten erst morgen in Lenzburg zwei kombinierte Prüfungen B1. Einmal die Ressur CTB1 A mit normalem Springen und einmal mit der Derby Springen. Ich bin jetzt im Stall. Ich war vorher schon reiten. Einfach die kleine Runde, die wir vor dem Concours machen. Ich habe den Lemmy, der jetzt hier gerade steht, schon gewaschen. Und habe ihn gefettet und den Schweif ausgebürstet. Und ich will euch jetzt schnell zeigen, wie das Ross eigentlich aussehen würde, wenn es weisse Beine hat. Ihr seht hier. Er hat schöne weisse Beine. Und auch den Schweif, den ich gewaschen habe. Und der ist nämlich auch wieder schön hell. Und jetzt darf der Lemmy ein bisschen rein und ich mache meine Sachen bereit. Mittlerweile ist es schon ziemlich dunkel geworden. Und ich habe jetzt, glaube ich, alles eingeladen. Hier ist der Lemmy. Er ist schon eingezöpfelt. Ich zeige ihn noch mal schon von anderen Seiten. Er war heute eigentlich sehr, sehr brav beim Zöpfeln. Und ja, es ist jetzt nicht ganz so schön, weil er im Moment halt durchs noch dicke Winterfall ein bisschen schwierig ist zum Zöpfeln. Aber ich habe mir einigermassen Mühe gegeben. Und er hat sich eigentlich schön still gehabt. Zum Zöpfel habe ich immer die Akku Horseman drauf, dass er sich noch ein bisschen entspannen kann. Und jetzt kommt er in seine Box. Und morgen, morgen früh geht's dann los. Mittlerweile ist es morgen früh, am halben 5 Uhr. Ich war vor eine halbe Stunde schon im Stall gewesen. Und dem Lemmy schnell ein bisschen hochgegeben. Jetzt bin ich noch die letzten Sachen am Einladen. Ich habe meine Sachen für das Ressour schon an. Meine Ressour ist hier irgendwo. Und eben, jetzt haben wir zwei Mal Ressour. Zuerst haben wir etwa zwei Stunden Pause. Dann ist wieder ein wenig Pause. Zuerst springen, Pause, zweitens springen. Also ich kann mich wirklich vielmals satteln. Ja, ich hätte lieber die zwei Ressour am Stück gehabt. Aber das Leben ist kein Mundkonzert. Und ja, mal schauen, wie die Lemmy das so findet. Aber ich glaube, mir macht das eigentlich nichts aus. Ich habe die Magnetfelddeche dabei. Ich habe das Snow-Wafone dabei. Ich würde wirklich schauen, dass es ihm gut geht. Und die sieht jetzt, wie das Ganze gelaufen ist. Hey, love. You got your heart on your sleeve. But the shirt on your back's a bit small. Hey, you. Yeah, your colors changing. The world ain't half bad after all. Na, na, na... Na, 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 na... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020